Heute möchten wir euch gerne Jamil vorstellen. Jamil ist ein 6-jähriger Pointer, wahrscheinlich fast reinrassig, der seit 6 Jahren im Tierheim ist und dem es wirklich hier nicht gut geht. Er leidet unheimlich, er ist ein ganz, ganz toller Hund. Er will eigentlich nur schmusen und hin und wieder mal rennen, das mag er schon gerne. Aber im Tierheim, da geht es ihm wirklich nicht gut. Er hat 6 Jahre auf ein Zuhause gewartet und wir möchten jetzt, dass es ihn endlich ermöglicht wird. Er verträgt sich ganz toll mit anderen Hunden, er ist wirklich ein ganz, ganz lieber Hund. Wie man schon sieht, er steht ganz still, wenn er gestreichelt werden kann, steht er ganz still und will einfach nur gestreichelt werden, einfach nur Küsschen bekommen. Und deswegen hoffen wir, weil er so ein toller Hund ist, wirklich einfach ein klasse Hund, deswegen hoffen wir, dass er endlich ein Zuhause finden kann. Und wir werden gerne in Deutschland. Für mehr Informationen könnt ihr uns natürlich eine E-Mail schicken und wir erzählen euch dann noch mehr über Jin Jamil. Ich will ja auch noch mehr über Jin Jamil. Und dann kann ich mich dann auch über Jin Jamil. Çünkü, ich will ja auch über Jin Jamil. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020